Herzlich willkommen zu unserem Online-Seminar zu den Unterrichtsimpulsen zum Buch Die Jagd nach dem magischen Detektivkoffer. Mein Name ist Rebecca Gessner-Utz. Ich bin Projektmanagerin im Bereich Schule und Jugend und leite dieses Projekt organisatorisch und inhaltlich. An meiner Seite steht Christine Kranz, eine ganz langjährige und erfahrene Referentin von uns. Und Christine darf sich da gerne mal selbst vorstellen. Ja, wie gesagt, mein Name ist Christine Kranz und ich bin seit vielen, vielen Jahren bei der Stiftung tätig im Bereich Leseempfehlungen und Aktionsideen und Fortbildungen. Alles, was man aus Büchern machen kann, um Kinder dafür zu interessieren. Ja, sehr schön. Vielen Dank, Christine. In unserem Chat betreut sie Agnieszka Svitala. Sie versucht, alle ihre Fragen zu beantworten. Inhaltliche Fragen wird sie uns am Ende nochmal reingeben. Das heißt, stellen Sie die gerne immer schon zwischendrin und sie versucht, die dann zu sammeln und uns dann reinzugeben. Sollten wir meine Frage vergessen, ist das kein Problem. Wir kriegen am Ende auch noch unsere Kontaktdaten und dann können Sie die Frage uns auch immer nochmal stellen und wir gucken den Chat auch durch. Dieses Seminar wird auch aufgezeichnet. Das heißt, Sie haben die Chance, sich das Ganze nochmal anzuschauen. Und wir stellen das auf YouTube zur Verfügung. In den nächsten zwei Wochen kriegen Sie dann auch die Teilnahmebescheinigung dieses Seminars. Sie kriegen dann von mir in dieser E-Mail auch die Folien, die wir Ihnen heute zeigen, sowie den Link nochmal zur Projektseite, wo Sie alle Materialien zu unseren drei Buchgeschenken finden. Ganz wichtig vorab, wir sind hier alle getestet und geimpft. Das heißt, wir halten die Corona-Regeln ein. Deswegen können Christine und ich auch so nah beieinander stehen. Und das nochmal als Info für Sie. Ganz herzlich möchten wir uns bei unserem Förderer, dem hessischen Kultusministerium mit Löwenstark, dem Bildungskick bedanken, die möglich gemacht haben, dass wir Ihnen diese Bücher zukommen lassen konnten und auch dieses Online-Seminar möglich gemacht haben. Um uns aber jetzt nicht so lange mit dem Organisatorischen aufzuhalten, einmal, was haben wir heute vor? Und zwar schauen wir uns heute an einen Einstieg. Und zwar, wie kann man in die Geschichte einsteigen? Und dieser Koffer ist einfach der perfekte Einstieg dafür. Das heißt, wir haben so einen alten Koffer. Was ist das eigentlich? Da haben wir uns mal überlegt, wie kann man mit den Kindern darüber sprechen? Was kann man dazu eigentlich alles machen? Dann wird es um Detektivgeschichten für Kinder im Allgemeinen gehen. Da hat Christine uns eine Auswahl an Büchern mitgebracht, die sie uns vorstellen wird. Dann wird es um Detektivgeschichten als Unterrichtsmaterial gehen. Also wie steigt man eigentlich in Detektivgeschichten ein? Dann geht es um Geheimschriften und Reime. Und dann werde ich Ihnen nochmal die Lesespurgeschichte, die wir extra zu dem Buch entwickelt haben, vorstellen. Aber ich habe dann auch noch ein paar andere Tipps zu Lesespurgeschichten und der Methode Lesespurgeschichte im Allgemeinen. Dann geht es ganz klassisch um die Arbeit am Text und danach nochmal um den eher spielerischen Umgang mit dem Text. Dann sind Sie an der Reihe mit Fragen. Und ganz am Ende zeige ich Ihnen nochmal die Literatur- und Linkliste. Die wird für Sie relativ klein jetzt zu sehen sein auf dem Bildschirm. Das ist aber kein Problem. Die stelle ich Ihnen dann am Ende auch nochmal mit dem ganzen Material zur Verfügung. Das heißt, Sie können dann direkt auf die Links gehen oder sich die Literatur per ISBN besorgen. Also steigen wir direkt rein und zwar mit unserem alten Koffer. Ja, alte Koffer sind was Tolles. Also wenn Sie irgendwo auf dem Dach wohnen oder bei der Oma oder einer alten Tante wirklich so einen alten Koffer auftreiben können. Also meine Mutter hat noch einen, auch mit Hotelaufklebern. So was ist natürlich toll. Es gibt es ja kaum noch. Aber es gibt ja auch relativ günstig zu kaufende Pappkoffer, die auch ähnlich gestaltet sind. So ein bisschen ein Vintage-Look. Also wenn Sie was zum Anfassen haben, fände ich das zum Beispiel auch schön. Aber es reicht natürlich auch, wenn Sie das Bild oder das Cover mit dem Koffer ganz groß zum Beispiel auf dem Smartboard zeigen. Oder das Buch zeigen den Kindern mit einer Dokumentenkamera. Also einfach, dass die Kinder sich den Koffer genau betrachten können. Und dann geht es darum, was könnte drin sein. Und da sind ja jetzt eigentlich der Fantasie überhaupt keine Grenzen gesetzt. Es sollte ja schon auf die Geschichte hinführen. Also werden eigentlich automatisch auch schon Geschichten entwickelt. Weil wenn die Kinder sich bestimmte Gegenstände vorstellen, die in der Kiste drin sein können, dann geht es ja auch immer darum, was könnte mit diesen Gegenständen passieren? In welcher Geschichte könnten diese Gegenstände vorkommen? Das heißt, es hebt auf die narrative Kompetenz der Kinder ab. Ist also eine Fördermaßnahme für die Erzählfähigkeit der Kinder. Und für die Fantasie und Kreativität natürlich auch. Ja, super. Und im Prinzip hat man ja dann, wenn man sozusagen einmal auch das Mündliche erzählen hat, hat man ja direkt auch die Schreibanlässe, die sich mit diesem Koffer verbinden. Das heißt, auch da direkt ein Schreibauftrag, der daran folgen kann an den Koffer. Ja, und dann ist man ja bestens gewappnet, um mit den Ideen der Kinder dann auch in die Geschichte einzusteigen. Eine kleine Hilfestellung vielleicht noch. Im Endeffekt sind es, glaube ich, drei Gegenstände. Drei Gegenstände, die in dem Koffer tatsächlich drin sind. Wenn man also die Zahl von Anfang an eingrenzt und sagt, es gibt drei Gegenstände, die in diesem Koffer drin sein könnten, das macht es den Kindern ein bisschen leichter. Und aus drei Gegenständen lässt sich auch relativ einfach eine schlichte Geschichte stricken. Ja, das macht es natürlich viel einfacher, weil sonst könnte einem ja alles einfallen. Es ufert einem dann auch etwas aus. Das heißt eher als Schutzmaßnahme für sie als als Schutzmaßnahme für die Kinder. Ja, und da wir hier eine Detektivgeschichte haben, hängt damit natürlich zusammen, dass das Genre meistens Kindern ja auch schon bekannt ist. Und deswegen möchten wir Ihnen gerne noch mal weitere Detektivgeschichten vorstellen. Und du hast uns da echt ein paar schöne ausgewählt, auch mit verschiedenen Schwerpunkten. Das finde ich ganz toll. Ja, mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten. Wir haben natürlich auch ganz klassische Detektivgeschichten. Nicht, dass jemand denkt, ich hätte Emil und die Detektive vergessen. Das ist natürlich eine der absoluten Basisgeschichten überhaupt, auf der viele andere Geschichten aufbauen. Aber ich habe versucht, ein paar neue Reihen oder Spin-offs bekannter Reihen jetzt hier einzubauen. Da haben wir einmal aus dem Überreuter Verlag die Lasse-Maya-Reihe, Detektivbüro Lasse-Maya. Das ist sehr schön, weil man hat junge Mädchen als Held, das ist allerdings auch meistens so. Es ist eine schon sehr etablierte Reihe. Es gibt schon sehr viele Bände. Das heißt, man kann das sehr gut verbinden dann mit einem anschließenden Besuch in der Stadtbibliothek. Mal gucken, wie viele Bände gibt es davon. Es ist lustig und spannend und in Skandinavien einer der absoluten Kinderbuchklassiker. Dann haben wir nebendran die drei Fragezeichen-Kids. Wir haben uns in einem der vorangegangenen Webinare ja schon ausführlich dazu ausgelassen, wie wichtig diese etwas downgegradeten Reihenableger sind von bekannten Reihen. Jetzt hier die drei Fragezeichen. Die Kids-Reihe ist einfacher und bunter und spricht damit Kinder mit einer geringeren Lesekompetenz an, wird aber inzwischen auch von der eigentlichen Altersgruppe fast mehr gelesen als die Originalreihe, weil die doch sehr textlastig ist für viele Kinder, die nicht so gerne und so viel lesen. Ähnliches gilt für TKKG Junior. Auch das ein Spin-off der Klassiker-Reihe, die wahrscheinlich viele von Ihnen schon gelesen haben als Kinder. Und die es jetzt ein bisschen aufgepeppt und ein bisschen vereinfacht eben für eine breitere Zielgruppe gibt. Also soweit so bekannt. Die unteren drei kennen Sie vielleicht noch nicht. Also einmal Penny Pepper. Da haben wir die Besonderheit erstens mal eine weibliche Heldin. Das ist ja auch mal schön. Mit einem auch diversen Cast, wie man auf dem Cover sieht. Und es ist ein Comic-Roman. Und ich finde, das Genre des Comic-Romans ist ja im Moment schwer am Trenden. Das gibt es ja schon seit einigen Jahren. Aber es ist im Moment wirklich total in. Und da haben wir jetzt normalerweise ja ein bisschen jungslastig von der Ausrichtung. Da ist natürlich auch viele Mädchen Greg. Aber jetzt eben mit der weiblichen Heldin auch nochmal eine Ergänzung und eben um das Genre Detektivgeschichte erweitert. Und dann haben wir nebendran die Redaktion Wadenbeißer. Das ist ganz toll, weil das sehr gut passt zu diesem Buch. Es geht nämlich bei den Aufgaben, die die Kinder selber lösen, müssen um Rätselbilder. Das heißt, es versteckt sich die Lösung eines Falls in ganz vielen Rätselbildern. Und zwar auf jeder Doppelseite. Das heißt, da haben Sie also diese Rätselbilder in Hülle und Fülle, die Sie hier vereinzelt haben. Also ein sehr schöner Ansatz, sehr visuell. Und auch wieder ein diverser Cast, was ich gut finde. Und dann ganz neu jetzt auch der Aspekt Reihenstart. Reihenstart findest du die Spur ganz neu bei Löwe. Und da hat man auch Rätselbilder und hat verschiedene Themen. Es gibt, glaube ich, schon drei Bände. Das heißt, wir haben auch hier das Konzept dieses Buches in diesem Buch wieder gespiegelt. Auf eine moderne und frische Art. Und Sie könnten ganz neu in eine aktuelle Reihe einsteigen. Ja, besonders die drei unteren gefallen mir sehr gut, weil das natürlich nochmal so was ganz Neues und sehr Modernes ist. Bei Comics immer nochmal der Hinweis, für lese-schwächere Kinder manchmal ein bisschen schwierig, weil die Texte anders gesetzt sind. Man muss immer gucken, welche Sprechblase gehört, wozu, wo gehört mein Text hin, zu welchem Bild. Das ist aber auch kein Problem, wenn man das einfach einmal mit Kindern besprochen hat und vorher mit denen eingeflogen hat, dann ist es auch kein Problem, das mit denen zu behandeln. Und es ist wirklich für die Lesemotivation super, weil das ist sehr nah an dem, was die Kinder gerne lesen. Also wir haben ja auch nochmal für die Mädchen Lotta leben, was ja auch so eine Art Comic-Roman ist. Also ganz toll. Also ich finde gerade die unteren drei Ideen nochmal, um was Modernes und was Neues drin zu haben, ganz toll. Schön. Ja, und dann geht es natürlich aber auch darum, wenn wir dann so eine Detektivgeschichte haben, dann nochmal genauer drauf zu schauen, wie können wir denn eigentlich das Genre Detektivgeschichte mit den Kindern einbinden in den Unterricht. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Also es gibt Möglichkeiten vorab, also praktisch mit einem Vorgespräch, mit einem kleinen Brainstorming, auf die Schwarmintelligenz zu setzen. Wie stellst du dir einen Detektiv, eine Detektivin vor? Hättest du da jetzt spontan was im Kopf, wenn du jetzt zum Beispiel einen zeichnen müsstest? Wenn ich einen zeichnen müsste? Also bei mir würde der wahrscheinlich ganz klischeehaft nach so einer Art Sherlock Holmes aussehen. Komisch bei mir auch. Wir haben uns jetzt nicht abgesprochen. Wird bei mir auch so aussehen mit einer Mütze, also so eine Schiebermütze. Caro käme auf jeden Fall vor. Genau, so ein Trenchcoat. Genau. Also das ist bei uns noch sehr stark in den Köpfen. Es könnte aber zum Beispiel bei den Kindern sein, dass die Figuren aus den Lieblingsmedien zum Beispiel haben, die ganz anders aussehen könnten. Das könnten zum Beispiel auch tierische Detektive sein, die ja auch sehr beliebt sind. Also wie stellst du dir einen Detektiv vor? Was muss der für Utensilien haben? Wie sieht der aus? Zum Beispiel auch, ist es für dich eher ein Mann? Ist es eher eine weibliche Figur? Es ist ja interessant, was da bei den Kindern bei rauskommt. Welche Detektivgeschichten kennst du da bitte immer? Und das ist mir wirklich sehr wichtig, alle Medien zulassen. Also nicht nur Bücher, sondern eben auch gucken, was gucken die Kinder für Serien? Welche Filme haben sie gesehen, in denen dieses Genre eine Rolle spielt? Und da auch mal ein bisschen was erzählen lassen, weil alles, wo die Kinder mit ihren Ressourcen gefragt sind, erzähl doch mal, was kenne ich gar nicht. Um was geht es denn da? Das motiviert und das ermuntert die Kinder dann nachher auch ein bisschen besser aufzupassen. Und gerade im Bereich Gaming kommt das ja dann durchaus sehr zum Tragen, dass die Kinder selber in eine Detektivrolle schlüpfen. Bei so Adventuren müssen sie ja auch Rätsel lösen. Das heißt, nehmen Sie das gerne und bitte auf, weil das ist was, was wirklich aus der Lebenswelt der Kinder kommt. Auch wenn uns das Erwachsenen vielleicht manchmal ein bisschen fern ist. Aber auch ich bin schon mit Computerspielen groß geworden. Und das ist einfach was, wo sie das kennen, das Genre. Und das knüpft dann eher daran an. Und die Kinder haben eher Lust dazu, das auch zu machen. Ich bin zum Beispiel nicht mit Computerspielen groß geworden, habe mich dann aber tatsächlich von der Begeisterung der Kinder für Minecraft anstecken lassen, habe mich damit beschäftigt. Und es ist für mich immer ein Riesenplus, wenn die Kinder glauben einfach gar nicht, dass ich darüber was weiß. Das heißt, ich überrasche die Kinder, auch wenn ich diese ansetze, auch einbinde, aktiv einbinde und sage, eure Lieblingsmedien, was überschneidet sich da eventuell mit dem, was im Unterricht vorkommt. Und gerade das aktive Einbinden bietet uns ja auch erst die Chance, mit den Kindern Dinge zu thematisieren, die vielleicht auch problematisch an gewissen Dingen sein können. Richtig, aber einfach offen rangehen. Welche Filme oder Serien mit Detektivgeschichten kennst du, knüpft daran an, das geht jetzt explizit auf die neuen Medien, dass man also fragt, guckt ihr zum Beispiel, gibt es Sherlock Holmes, gibt es Figuren auf KiKA, gibt es Filme, jetzt zum Beispiel auch die Sherlock Holmes-Verfilmung, viele Kinder haben die ja schon gesehen. Und das Letzte, was magst du in Detektivgeschichten? Normalerweise ist ja das, was Kinder ganz hoch hängen bei Büchern, worauf man, wenn man als Autor oder Autorin ein Buch konzipiert, immer achtet, ist Witz und Spannung. Also normalerweise sind das die beiden Elemente, die Kinder mögen, die Verbindung von Witz und Spannung. Hier haben wir die zum Beispiel ganz explizit drin. Das sind viele komische Situationen, aber eben auch spannende Elemente. Und ich denke, dass das dabei rauskommt, aber vielleicht ist es was ganz anderes, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Zum Beispiel, dass man mitdenken kann. Dass man die Rätsel selber lösen kann. Dass man die Rätsel selber lösen kann. Das könnte auf jeden Fall auch kommen. Ja, und das, was ein Detektiv natürlich können muss, das haben wir dann in unserem Material mit aufgegriffen, nämlich Geheimschriften dekodieren. Oh, was habe ich mich gequält. Du, da bin ich ganz schlecht. Also das auf der linken Seite finde ich ja relativ einfach. Die rechte fand ich unheimlich schwer. Ich bin so ungeduldig, das geht nicht schnell. Die rechte ist tatsächlich nicht einfach. Also Sie hätten hier jetzt auch tatsächlich in den beiden Aufgaben nochmal Differenzierungsstufen. Nämlich bei der ersten, ich glaube für uns Erwachsene, schießt sich relativ schnell, dass wir es rückwärts herum lesen müssen. Aber bei dem anderen muss man tatsächlich richtig dekodieren und den Code... Und immer hoch und runter gucken. Ja, den Code des Ganzen verstehen. Das heißt, da, wenn die schwächere Schülerinnen und Schüler haben, die brauchen da wahrscheinlich nochmal eine stärkere Unterstützung, weil das auch lösen zu können. Weil das tatsächlich eine sehr komplexe, logische Aufgabe ist, diese Teillösung zu machen. Aber wenn man es dann geschafft hat. Ich war so stolz auf mich, dass ich das dann irgendwann gerafft habe. Weil ich habe echt ein bisschen auf dem Schlauch gestanden. Aber gut. Und ich kann auch sagen, also sagen wir mal so, das habe ich auch nicht innerhalb von einer Minute gelöst. Gut, wenn du es zugibst. Ja. Gut. Die nächste Idee ist ja was relativ Bekanntes. Da bist du die Fachfrau. Genau. Das ist, da muss ich auch ehrlich zugeben, da brennt so ein bisschen mein Herz für. Und zwar sind das die Lesespurgeschichten. Die kennen Sie wahrscheinlich auch am berühmtesten, wahrscheinlich aus dem Auer Verlag. Ich habe Ihnen da auch nochmal Beispiele jetzt gleich so mitgebracht. Aber erst mal kurz zum theoretischen Hintergrund auch. Also wir befinden uns da, Sie kennen wahrscheinlich Rosebrock und Nix, noch aus ihrem eigenen Studium oder auch aus dem Referendariat, wo es um die Prozessebenen, wo es um die Ebenen des Leselernprozesses geht und der Lesekompetenz. Und wir befinden uns mit den Lesespurgeschichten auf der Prozessebene, sozusagen wo es um tatsächlich die Fertigkeit des Textverständnisses geht, die ganz konkret mit diesen Geschichten geschult werden kann. Das heißt, es geht um Wort- und Satzidentifikation und darum lokale Kohärenzen in einem Satz. Also Sinn, einem Satz zu entnehmen, damit ich weiß, wo ich weiterlesen muss. Und das ist sehr gut gestaltet bei Lesespurgeschichten, weil es sind kleinräumige Sinnzusammenhänge, die ganz, sie fördern das Sinnentnehmen, belesen. Und gleichzeitig haben wir aber auch eine unheimlich hohe Lesemotivation, weil es wirklich darum geht, dieses Rätsel jetzt für mich lesend zu lösen. Der Ehrgeiz wird geweckt. Absolut. Und das kann ich sagen aus meiner Erfahrung mit meinen Schülerinnen und Schülern, die haben mir die aus der Hand gerissen. Also so einfach, dass manchmal für uns Erwachsene wirkt, lieben die Kinder diese Lesespurgeschichten. Und das ist doch schön, weil es doch immer um Fördern und Fordern geht. Und da sieht man, dass Kinder diese Herausforderungen auch annehmen. Wenn es darum geht, wirklich was zu knacken, dann will ich das aber auch. Je spannender und schöner es gemacht ist, davon hängt es natürlich auch ab, desto erfolgreicher. Aber ich fand das total spannend, dass selbst die leseschwächeren Schülerinnen und Schüler wirklich, und das ist ja viel Text, auf den die da erstmal stoßen, weil es wirklich die ganzen Nummern mit dem ganzen Text sind, trotzdem das unbedingt schaffen und machen wollten. Und selbst wenn sie eine Unterstützung dazu brauchten, aber sie wollten es unbedingt machen, und die gibt es ja auch in verschiedenen Differenzierungsstufen, und die gibt es auch für die Inklusion. Also insofern hat man wirklich ein breites Spektrum. Und wäre es nicht auch möglich, Tandems dran zu setzen? Absolut. Ja, als Lesetandems in heterogenen Tandems, absolut sinnvoll, das so zu gestalten. Dann unterstützen die sich gegenseitig. Besser, als wenn immer die Lehrerin oder der Lehrer vorbeikommt. Ja, total. Also das möchte man ja häufig auch nicht so, dass man da von der eigenen Lehrkraft überprüft wird, sondern es geht tatsächlich darum, wenn das nochmal ein Klassenkamerad ist, vielleicht mit dem ich mich auch ganz gut verstehe, dann traue ich mich da eher mal was nachzufragen. Und das ist ja auch ganz klar, und das ist auch in Ordnung, dass das so ist. Wir haben bei den Lesespurgeschichten ein Bild mit dazu. Das heißt, das Bild hilft beim Textverständnis. Und gleichzeitig brauchen wir den Text, um überhaupt auf dem Bild auch weiterkommen zu können. Das heißt, das ergänzt sich sehr schön miteinander, die beiden Sachen. Und dadurch, dass wir immer wieder direkt im nächsten Satz die Möglichkeit zur Selbstkontrolle haben, weil uns wird gesagt, ob wir auf der richtigen Spur sind oder nicht, und direkt am Ende nochmal mit dem Lösungswort, können die Kinder da auch sehr frei arbeiten, ohne dass sie uns als Lehrkräfte ständig brauchen. Und ich kann da noch einmal die Betonung auf das Bild legen, weil die Kinder wachsen heute in einer sehr visuell dominierten Kultur auf, mit Medien, die sehr stark visuell orientiert sind. Und denen dann praktisch mit dem Schulstart die Bilder wegzunehmen, ist ganz und gar nicht sinnvoll. Und lange Fließtexte quälen Kinder in der vierten Klasse noch sehr und auch in der dritten Klasse noch sehr. Auch oft noch in der weiterführenden Schule. Und man hat wirklich jetzt auch auf dem Buchmarkt die Tendenz, dass sogar in den Büchern für die weiterführenden Schule inzwischen verstärkt Illustrationen, interaktive Elemente und sowas drin sind, weil es einfach in unsere Zeit gehört. Und man muss da ja auch einfach schulisch bei den Kompetenzen der Kinder ansetzen. Absolut. Und nicht irgendwo oben drüber, weil wir das gerne so hätten. So ist das. Da muss man einfach auf Realitäten auch reagieren. Ich würde Ihnen gerne einmal unsere Lesespurgeschichte zum Buch direkt zeigen, bevor wir dann weitergehen. Und zwar zeige ich Ihnen die gerne mal über die Overhead, weil das natürlich mehrere Arbeitsblätter sind. Genau, wir haben hier einmal das Bild mit unserer kleinen Karte, die wir für die Lösung brauchen. Das heißt, wir haben den Flughafen vor uns liegen. Super, vielen Dank. Genau, wo die Kinder bei Nummer eins natürlich anfangen und natürlich wäre das Ganze nicht zu lösen, wenn wir nicht auch noch den Text, ich lege Ihnen den jetzt mal hier so hin, dazu haben. Wir fangen bei Nummer eins an zu lesen, schauen dann, was sagt uns das? Papa Stiefel parkt das Auto auf dem Parkplatz. Gut, dann sind wir auf dem Parkplatz hier. Das Paket liegt am Schalter Nummer 17. Um dorthin zu kommen, musst du erst am Parkhaus vorbei. Welche Nummer hat es? Das liest dort weiter. Und jetzt müssen wir erst mal gucken, wo ist denn eigentlich das Parkhaus, wo wir hin müssen. Das Parkhaus ist hier bei der Nummer 5. Das heißt, wir müssen bei der Nummer 5 an der Lesespur weiterlesen. Und da kriegen wir auch gleich die Bestätigung, ja genau, hier geht es lang zum Schalter Nummer 17. Und Sie haben unsere Arbeitsblätter hier in zwei Differenzierungsstufen, nämlich das mit dem Plus-Gekennzeichnete etwas schwerer, weil etwas längere Sätze und etwas komplexere Sätze, bei dem anderen leichtere, kürzere Sätze. Das heißt, Sie können das auch verschiedenen Schülern anbieten. Daneben gibt es natürlich noch die klassischen Lesespurgeschichten, die Sie kennen vom Bauer Verlag. Die kennen Sie, ich habe Ihnen jetzt mal die mit den Krimis rausgesucht. Da hätte ich als ein Beispiel hier eine sehr schöne Lesespurgeschichte. Da sehen Sie schon, Sie haben größere Bilder, nochmal größere Karten, wo es um die Geheimsache Langfinger geht. Das heißt, es würde sich auch schön zu unserem Thema jetzt anschließen. Da haben Sie sie auch immer in zwei Differenzierungsstufen. Natürlich sind hier die Texte wesentlich länger. Das heißt, Sie haben hier, sehen Sie einmal gekennzeichnet mit dem Stern, die etwas einfachere. Und der gefüllte Stern sind dann die schwereren. Das merkt man auch gleich, das ist mehr Text. Der Text ist kleiner. Die Textgröße spielt ja auch immer eine wichtige Rolle bei Differenzierung. Und man hat hier mehr Text und komplexeren Text. Aber dann hat man einen richtigen Fundus. Das ist doch schön. Das sind ganz viele Lesespurgeschichten, genau. Und was ich noch ganz toll fand und was jetzt relativ neu vom Auer Verlag ist, sind die Hörspurgeschichten. Das fand ich dann auch nochmal eine sehr schöne Sache. Und zwar haben Sie die hier einmal als Material für die Schule. Da haben Sie einen Ablauf mit drin, einen exemplarischen Stundenablauf. Sie haben Ideen drin, wie Sie die Kinder vorher fokussieren können. Und die Hörspurgeschichten sind auch ganz toll, weil die fangen jedes Mal so an, dass wir hier zum Beispiel bei der Escape Room Geschichte, passt ja auch super zu unserem Thema, dass man sich erst mal überlegt, Escape Room, was um was könnte es denn da gehen? Und dann tatsächlich nur ein Fenster sich anschaut aus dieser ganzen Geschichte. Und danach erst sozusagen, nachdem man das vorbereitet hat, ins Hören geht. Und so nochmal das Hörverständnis, was wir ja unheimlich selten, was wir schulen müssten, aber unheimlich selten schulen damit nochmal schulen. Ja, und man muss noch dazu sagen, es gibt ja ganz unterschiedliche Lerntypen. Also sehr viele sind halt visuelle Typen. Also ganz, ich würde mal sagen, die Mehrzahl der Kinder, die ich kenne, sind eher visuelle Typen. Die nehmen zum Beispiel viel über Bilder auf. Es gibt aber auch auditive Typen, die stark über das Hören aufnehmen. Und schulen sollte das jeder. Zum Beispiel gibt es ja Kinder, die hören unglaublich gerne Hörbücher. Und es gibt welche, die können nicht einfach nur da sitzen und zuhören. Die müssen permanent dazu noch irgendwas machen. Also das sind alles Dinge, die man trainieren kann mit dem Angebot unterschiedlicher Spurgeschichten. Und ich finde diese Ergänzung ganz toll. Ja. Also von uns nochmal ein großes Plädoyer auch für die Hör- und Lesespurgeschichten. Aber wir haben natürlich noch andere Dinge zur Arbeit am Text vorbereitet. Und zwar nämlich das unter die Lupe nehmen. Ja, eine meiner Lieblingsideen. Also wenn Sie eine schöne Lupe haben. Also die Kinder mögen diese hier sehr gerne, weil die sieht wirklich aus, als hätte sie Sherlock Holmes schon in der Hand gehabt. Also den Text unter die Lupe nehmen, etwas entziffern mit der Lupe. Regt Kinder dazu an, wirklich mal zu lesen, weil es schon was Detektivisches an sich ist. Da ist der Vorgang des Lesens etwas Detektivisches. Und eine simple Lupe genügt. Sollte also in der Klassenausstattung immer vorhanden sein. Ja, und wenn die dann noch so wunderbar aussieht wie deine, ist das wirklich ein absolutes Highlight. Die spannendste Stelle. Das ist ja ein Konzept, da gibt es ja auch viele Wettbewerbe. Der tollste Buchanfang. Ich finde aber die spannendste Stelle, wenn man, das ist natürlich in der Nachbereitung, welche Stelle fandest du am spannendsten und warum. Man sollte übrigens auch, wenn man die Geschichte vorliest oder von den Kindern lesen lässt, da auch darauf achten, dass man das immer zur Wirkung kommen lässt. Eine spannende Stelle, Pause. Was könnte jetzt passieren? Wenn man das einfach überliest, dann wird die Stelle nicht spannend. Also auch, das hat auch auf die Vorlesetechnik Auswirkungen. Und es gibt eben Stellen, die wollen zelebriert werden. Und das sind dann eben oft die besonders spannenden. Und gerade da kann man ja auch super Intonationen. Ach, toll. Ja, dann haben wir die Bilder. Bilder lesen lassen, auch eine Möglichkeit, dass die Kinder erst mal das Buch durchblättern und ohne zu lesen sich einen Eindruck verschaffen, worum könnte es in dieser Geschichte gehen. Also praktisch nur eine Orientierung. Schon einen Sinn entnehmen, aber eben nicht über den Text, sondern ausschließlich über die Bilder. Ist auch was, was Kinder zum Beispiel, die überhaupt kein Deutsch können oder null Lesefähigkeiten haben, schon machen können. Ja, es muss ja auch was Spielerisches dabei sein. Einen weiteren magischen Gegenstand erfinden. Es gibt drei magische Gegenstände im Buch. Was könnten die Helden noch gebrauchen? Auch etwas, was man nach der Erarbeitung der Geschichte macht. Was hättest du dir noch gewünscht? Durch Harry Potter sind die Kinder so geschult in magischen Gegenständen. Denen fällt auf jeden Fall was ein. Was man da noch gut hätte gebrauchen können, um sich aus diversen Situationen, spannenden Situationen, herauszulamieren. Und denen fallen wahrscheinlich extrem viel mehr Gegenstände ein als uns. Also uns, mit Sicherheit. Ja, und dann kommen wir ja schon zu den ganz spielerischen Ideen, die ja auch immer toll sind. Nicht nur, um Sachen zu deuten, sondern auch nochmal, um sich so richtig in den Text hineinzufühlen, finde ich. Und die erste Idee ist das Verkleiden. Ja, also es geht ja einerseits um das Lernen. Es geht aber, du warst jetzt auf der Prozessebene des Lesens. Aber ganz wichtig ist ja auch die motivatorische Ebene, die Lesemotivation der Kinder zu fördern, die Motivation der Kinder, sich mit dem Inhalt einer Geschichte zu beschäftigen. Und das funktioniert sehr gut über das Anknüpfen an Vorlieben der Kinder. Und zu den Vorlieben der Kinder gehört schon immer Verkleiden. Und Verkleiden spielt jetzt in dieser Geschichte eine unglaublich große Rolle, weil die beiden Bösen, in dem Buch, es gibt natürlich Böse, wie in jeder guten Detektivgeschichte, die treten jedes Mal in einer neuen kreativen Verkleidung auf. Und wir hatten früher als Kinder eine Verkleidungskiste. Hattet ihr sowas auch? Ja, natürlich. Also es gab so eine Kiste mit so abgelegten Kleidern. Die kamen dann zum Beispiel auch bei Kindergeburtstagen zum Einsatz. Und dann durfte man sich verkleiden und bestimmte Figuren darstellen. Und das ist zum Beispiel auch was, was man sehr gut bei einem Schulfest machen kann. Im Zusammenhang mit Fastnacht oder Karneval ist jetzt halt gerade durch. Aber Sommerfest würde ja eventuell dieses Jahr mal stattfinden können. Da könnte man so eine Verkleidungsstation machen. Und die Kinder stellen Figuren aus Büchern dar. Und hier also verkleidend spielt in diesem Buch eine große Rolle und sollte unbedingt spielerisch aufgegriffen werden. Ja, und da sind wir ja genau auf der Subjektebene. Also Dinge auch nachzufühlen und es mit seiner eigenen alltäglichen Welt zu verbinden und verkleiden ist für Kinder einfach eine tolle Sache. Ja, in Rollen schlüpfen. Es hat ja auch eindeutig was mit der literarischen Erziehung zu tun. Das heißt, die Kinder sind jemand anders. Und das ist ja was, was im Buch schafft, dass man in diese Rollen schlüpft. Und man kann es aber auch ganz handfest machen. Ja, und jetzt haben wir ein schönes Nix, das ist ein Fair-Wort. Ein Fair-Wort und zwar verzaubern. Und da kommt jetzt endlich mal ein Zylinder zum Einsatz, der schon ewig bei uns rumliegt und der allen zu klein ist. Aber dafür ist er ganz wunderbar geeignet, weil in dieser Geschichte kommt tatsächlich dieses Zaubern aus dem Zylinder auch vor. Ich zeige es jetzt gerade mal in die Kamera. Da sieht man es hier oben. Die zaubern im wahrsten Sinne aus dem Hut. Und da kann man natürlich jetzt auch ein beliebtes Motiv vieler magischer Geschichten aufgreifen. Schon die kleine Hexe von Ottfried Preußler, an die Sie sich sicher noch erinnern, musste ja erst mal üben. Und sie hat nicht unbedingt mit Erfolg geübt. Der Rabe Apraxas hat sich ja kaputt gelacht, weil sie es Buttermilch regnen lässt. Oder Frösche, weil sie sich eben verzaubert hat. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, das kreativ zu gestalten. Mit knapp daneben formulierten Zaubersprüchen zum Beispiel. Oder mit Kärtchen, wo die Kinder total abwegige Dinge aus dem Hut zaubern können. Die dürfen sie selber gestalten, das Wort drunter schreiben und dann kann gezogen werden. Dann sagt ein Kind einen Zauberspruch, das andere holt raus, was es damit erzeugt hat. Gibt viel Gelächter, ist gleichzeitig ein Geschichtenelement, kommt hier vor. Die verzaubern sich also auch andauernd und macht den Kindern auch einfach Spaß. Schreibanlass ist es außerdem auch noch. Sie brauchen nicht unbedingt einen Zylinder. Es kann auch ein Zauberhut oder ein kreativ, vielleicht mit Glitzer gestalteter Kasten. Also da gibt es einen Zauberkasten. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Du lachst immer. Ich hatte nur diesen Zweig zur Hand, als ich einen Zauberstab basteln musste. Aber natürlich einen Zauberstab, den man kreisen lässt, der das auch nochmal rhythmischer macht, wenn man einen Zauberspruch aufsagt. Wie heißt das? Hokus Pokus Fidibus, dreimal schwarzer Kater. Führt dazu, dass man es auch langsamer spricht. Und durch das Rhythmische, das gehört zur Sprachförderung auch dazu. Das geht natürlich sehr viel leichter, wenn man auch noch einen magischen Gegenstand hat. Und das erinnert mich auch beim Pferdzaubern immer sehr an Ron Weasley, dessen Zauberstab kaputt ging und der dann ganz viel gezaubert hat, aber nie das, was er wollte. Richtig. Die schlimmste Szene, als er die Schnecken spucken musste. Ja. Weil er sie schlucken lassen wollte. Das mag ich lieber nur lesen, dann stelle ich es mir nicht ganz so schlimm vor wie im Film. Ja, der Film macht es sehr plastisch. Ja, dann haben wir Briefe mit Geheimschrift in Tandems schreiben lassen. Ja, Geheimschrift kann man natürlich so machen, wie wir es schon gezeigt haben. Es gibt aber ja noch viele andere Möglichkeiten von Geheimschrift, von unsichtbarer Tinte, Zitronensaft, Backpulver, was man alles machen kann, haben wir im letzten Webinar auch schon gezeigt. Und YouTube, eine Quelle der Weisheit für sowas, wird Ihnen da auch ganz viel vormachen. Sehr schön finde ich die Idee, dass die Kinder sich gegenseitig geheime Botschaften schreiben, also auch hier wieder Tandems bilden. Und die Kinder schreiben sich Botschaften. Oder Sie schreiben zu zweit eine Botschaft, die die ganze Gruppe dann entschlüsseln muss. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Also Geheimschriften selber herstellen ist auch etwas sehr Kreatives und sehr Spannendes. Ja, genau. Und da am besten bieten Sie den Kindern verschiedene Codes auch vorher an. Also wir haben ja das Arbeitsblatt, wo wir verschiedene Codes haben, die man austesten kann. Aber natürlich auch da YouTube als Quelle der Weisheit, Ideen für Geheimschriften. Oder schreiben Sie es gerne auch in den Chat mal, was Sie schon für Geheimschriften kennen und ausprobiert haben. Und wenn man dann den Kindern so ein Sammelsurium anbietet, können die da auch leichter draus wählen. Und dann kennen Sie zumindest schon mal einen Ansatz für einen Code, um es lösen zu können. Und das ist nicht so etwas völlig frei ausgedachtes. Das kann man natürlich auch mal testen. Dann braucht man aber auch so eine Lösungsschablone, genau wie bei unserem Arbeitsblatt auch. Ja, dann sind das ganz wichtig für diese Geschichte, die Fernglasgeschichten. Das Fernglas ist einer der magischen Gegenstände, den die Kinder in diesem geheimnisvollen Koffer finden, den sie auch gar nicht sofort als magischen Gegenstand identifizieren. Die Kinder sind ja erstmal maßlos enttäuscht. Die denken ja, huch, was hat die Tante uns da geschickt? Das ist ja voll langweilig. Und dann stellen sich diese drei Gegenstände eben als magisch heraus. Und das gibt ganz viele spannende Möglichkeiten, was man damit machen kann. Und die Fernglasgeschichten, Kinder lieben Ferngläser. Also wir hatten ganz viele Ferngläser, als meine Kinder noch klein waren. Und das ist was Faszinierendes. Also etwas zu vergrößern oder zu verkleinern und nah heranzuholen. Besonders faszinierend ist es allerdings, wenn es etwas ist, was es gar nicht gibt. Also du würdest jetzt zum Beispiel, also dieses magische Fernglas hat nämlich die Fähigkeit, Sie können durch Wände gucken. Das heißt, Sie können jetzt mit dem Fernglas, ich gucke mal gerade da drüben, was die da machen. Hinten im Büro. Also es sieht lecker aus. Ja, ich bin ein bisschen neidisch. Also man könnte jetzt, also ich habe natürlich gar nichts gesehen, aber man könnte es natürlich erfinden. Also durch die Wand gucken. Schöner Schreibanlass, schöner Erzählanlass, Förderung der narrativen Kompetenz, Motivation der Kinder, die Fantasie kann da Purzelbäume schlagen. Wichtig ist wirklich ein schönes Fernglas. Es sollte vielleicht auch ein bisschen Geheimnis. So etwas kriegt man übrigens auch öfter mal auf dem Flohmarkt. Das darf ruhig ein bisschen Vintage-mäßig aussehen. Dann ist es nämlich nochmal eine Ecke geheimnisvoller. Ja, und ich finde auch super zum Infotheater auch, dass man sagt, du glaubst gar nicht, was ich da jetzt sehe. Und dann der Nächste einsteigt und das Ganze mal austestet. Also wirklich eine ganz tolle Möglichkeit, um Kinder erzählen zu lassen. Und das Lustige ist ja, bei kleinen Kindern ist es ja so, dass die in einer magischen Phase sind, die ersten Jahre. Das heißt, die glauben das ja tatsächlich noch. Dass sie auch tatsächlich etwas bewirken können, was über das normale, natürliche hinausgeht. Aber ein Teil von diesem magischen Denken erhält sich. Und ich habe das schon öfter mal gemacht, dass ich das mit älteren Kindern ausprobiert habe. So ganz sicher sind die sich nicht, dass ich das nicht sehe. Also ich merke, dass es ihnen ein kleines bisschen, inspekt ist und die, also ganz sicher sind sie sich nicht. Und das liegt vielleicht auch daran, dass Kinder eben diese magischen Geschichten lieben und in dieser Welt von Harry Potter und all diesen anderen magischen Figuren sich oft auch sehr zu Hause fühlen. Das heißt, so ungewöhnlich ist das für die Kinder oft gar nicht. Nee, und da muss man ja ehrlich sagen, auch als Erwachsener lässt sich ja gerne in so eine magische Welt entführen und nimmt an solchen Geschichten teil. Also insofern auch da einfach eine tolle Chance, um mit Kindern da nochmal zu fabulieren und zu fantasieren und einfach auf die Geschichte einzulassen. Wenn sie jetzt auf Magie überhaupt nicht stehen, kann man das aber auch variieren. Man nimmt das Fernglas und sagt, guck mal durch, also ich sehe da einen Wald. Beschreibe doch du mal, was du da siehst. Und dann soll das Kind durch das Fernglas gucken und sagen, was sieht es im Wald. Natürlich sieht es das auch nicht wirklich, aber es beschreibt praktisch das, was man in einem Wald sieht. Da im Buch ist es ja auch so, sie gucken durch die Wand und sehen das, was im Nebenraum tatsächlich passiert. Also es muss, der Vorgang an sich ist dann magisch, aber letztendlich das Thema muss nicht magisch sein, ist nicht nötig. Nee, der arme Papa auf der Toilette ist da. Genau, der nicht magisch. Ich wollte es jetzt nicht so deutlich machen. Aber es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, wie man das ausgestattet hat. Und tatsächlich auch fast eine ethische Frage. Wenn ich sowas machen kann, wie weit darf ich gehen? Wie weit darf ich gehen? Darf ich es ausspionieren? Also auch da haben Sie fachübergreifend. Ja. Können Sie da arbeiten? Weil es ist natürlich schon die Frage, ob das in Ordnung ist, dass ich mit so einem Fernglas einfach durch jegliche Wände durchgucke. Und da ist mir dann die magische Welt doch sehr viel lieber, als wenn ich einen Spanner da habe. Und zum Beispiel, darf ich jemanden fotografieren, der nicht fotografiert werden will oder der das nicht weiß? Da halte ich mich lieber in der magischen Welt auf, da bin ich sicherer. Ja, absolut. Gut. Ja, und dann natürlich, was dieses Buch mit großer Bravour einfach schafft, ist im Text immer schon Zahlen und Buchstabencodes zu verstecken, die man dann auch knacken muss. Am besten kennen Sie das, glaube ich, von Seite 43. Christine ist gerade mal so lieb und schlägt sie für mich auf. Und da haben Sie nämlich, dass Sie den Code knacken müssen, mit dem man diesen Koffer überhaupt öffnen kann. Und wenn Sie dabei schon sind und den Code vielleicht mit den Kindern gelöst haben, ich gucke mal so drauf. In den Wörtern versteckt sich der Zahlencode. Genau. Und das ist natürlich ein super Anlass dafür, dass Sie einfach mal sich überlegen, entweder ich mache so ein Spiel für die Kinder oder die Kinder überlegen sich selber mal, wie sie so einen Koffer knacken können. Und damit wir es nicht ganz so trocken haben, haben wir uns was für Sie überlegt. Und zwar müssen Sie unseren Koffer öffnen. Und wir haben hier ein Zahlenschloss dran mit vier Zahlen. Und Sie müssen jetzt mal unseren Koffer knacken. Und dafür haben wir folgende Fragen für Sie. Nämlich, es geht um die Seite 44. Sie müssten ja alle die Bücher vorliegen haben. Wer es jetzt nicht vorliegen hat, ist nicht schlimm. Und zwar geht es hier um die Frage, wie viele Gegenstände befinden sich im Koffer? Wie oft kommen die Worte Mama und Papa auf Seite 44 vor? Dann aufgepasst, eine Zahl im Wort wird gesucht. Und zwar in dem Wort gemeinsam. Und es geht darum, wie viele Kommata sich auf Seite 44 befinden. Also ich glaube ja, das schaffen die nicht in der Zeit. Vielleicht sollten wir da ein bisschen helfen. Also einfach kommt man ja, sehr einfach kommt man ja auf die Frage Nummer drei. Finden Sie die Zahl im Wort gemeinsam? Das würde ich auch schaffen. Da kommt man vielleicht noch relativ leicht drauf. Bei den Kommata muss man schon relativ viel zählen und sehr genau hingucken. Ich muss da auch mehrmals nachzählen. Wie viele Gegenstände befinden sich im Koffer? Haben wir schon gesagt. Wenn Sie aufgepasst haben. Könnte man durch den Text, ja, wobei man auf der Seite aufpassen muss. Ja. Weil auf der Seite kommen, sind nur zwei. Oh. Aber ich habe es nicht. Ja, dann geben wir diesen Hinweis, sonst geht es ja nicht. Genau. Auf jeden Fall nochmal zum Thema Zahlenschloss. Ist nach meiner Erfahrung auch was, was alle Kinder fasziniert. Ja. Also das Einstellen von Codes, das greift ja auch auf diesen Escape Room Trend zurück, der im Moment ja überall hin schwappt, auch auf dem Buchmarkt. Das heißt, das Lösen von Rätseln, das Knacken von Codes ist im Moment total trendig und lässt sich hiermit relativ einfach umsetzen. Also wenn schon jemand reingeschrieben hat, noch keiner, so schnell finden die das alle nicht, dann würde ich sagen, wir knacken unseren eigenen Koffer. Ja, genau, knacken wir unseren eigenen Koffer. Also auf dieser Seite befinden sich zwei Gegenstände im Koffer. Ich stelle schon mal die zwei auf unserem Zahlenschloss ein. Dann haben wir dreimal die Worte Mama und Papa auf der Seite. Wir haben die Zahl 1, die sich im Wort gemeinsam befindet. Die Fragen bitte auch auf unterschiedlichen Schwierigkeitslevels machen. Also das wäre jetzt zum Beispiel was für mich, das würde ich sofort lösen können. Also nicht zu tüftelig. Also Kommata zählen zum Beispiel, das ist schon was, eine Konzentrationssache. Ja, auf jeden Fall. Du hast sie gezählt. Ich habe sie gezählt und es sind sieben. Und dann haben wir auch schon unseren Koffer, wenn ich es richtig einstelle, hier drin. Ja, wenn man die vier anstelle, die drei einstellt, geht es natürlich nicht. Dann haben wir unseren Koffer geöffnet, Liebeszahlenschloss. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ja, das macht nichts, weil wir haben ja ohnehin gefaked. Das heißt, den Koffer kann man einfach aufmachen. Ich hoffe, Sie haben es nicht gemerkt. Das hätte jetzt eigentlich ein bisschen spektakulärer aussehen sollen. Aber wir machen es jetzt einfach mal auf, weil wir haben noch was reingesteckt. Was ist denn drin? Genau, eine kleine Urkunde, die Sie dann natürlich auch für Ihre Schülerinnen und Schüler machen können. Das heißt, seien Sie geschickter als wir. Öffnen Sie das Schloss. Da bin ich sicher. Öffnen Sie dann auf das Schloss, geschickterweise. Aber denken Sie sich so etwas gerne mit Ihren Kindern aus, wenn Sie selber keine Ideen haben, wie Sie das machen können. Ich habe Ihnen in die Literaturliste nochmal, auch vom Auer Verlag, ein Escape Room Heft mit angehängt, wie man Escape Rooms in der Schule gestalten kann, im Unterricht gestalten kann. Und ich habe Ihnen nochmal zwei Links zu Escape Rooms auch angehängt. Da sind genau solche Rätselideen mit dabei. Ja, dann würde ich sagen, jetzt gucke ich mal zu Aga. Sind Fragen da? Ja, gerne. Sollten die Lesespurgeschichten sowie das Arbeitsblatt zur Geheimschrift bearbeitet werden, bevor das Buch gelesen wird oder danach? Was würden Sie empfehlen? Das können Sie tatsächlich machen, wie Sie das möchten. Also man kann wahrscheinlich die Codes so als kleinen Teaser für das Buch verwenden, damit die Kinder richtig Lust auf das Buch haben. Bei der Lesespurgeschichte würde ich empfehlen, das tatsächlich an der Seite dann zu machen, wo die Kinder auch diese Route auf der Karte wählen müssen, um schnell zu ihrem Paket zu kommen. Also da würde ich tatsächlich im Leseprozess verhaftet. Ich glaube, die Geheimcodes kann man so als Teaser nutzen, um damit in das Buch reinzufinden. Ja, und die Geheimschriften sowieso. Also das kann man vorher machen, das kann man währenddessen machen, das kann man nachher machen. Das kann man auch übrigens für jedes beliebige Buch machen. Das ist vollkommen frei. Die Lesespurgeschichten finde ich auch, die sind hier im Buch relativ klar zu verorten, wo man das anknüpfen kann. Genau, und dann die längeren Lesespurgeschichten bieten sich, glaube ich, dann im Anschluss an die Lektüre an. Gibt es das Buch auch differenziert für Schülerinnen und Schüler, die noch nicht so gut lesen können? Leider noch nicht, aber das ist bestimmt ein toller Hinweis auch nochmal an den Verlag. Genau, die Jagd nach dem magischen Detektivkoffer ist relativ neu. Ich glaube, es gibt auch erst, wenn ich mich nicht irre, einen weiteren Band, maximal zwei, aber ich glaube einen weiteren Band. Der dritte ist aber schon geplant. Der dritte ist in Planung, genau. Und insofern da noch nicht, aber es ist natürlich ein toller Hinweis, den wir gerne dann auch nochmal weitergeben. Aber vielleicht nochmal hier gerade overhead, dass wir nochmal gucken können. Es ist auch von der Textmenge überschaubar für die Altersgruppe. Also ich finde es jetzt nicht sehr lang. Es ist auch relativ große Schrift für diese Altersgruppe. Wir haben relativ viele Absätze und wir haben für diese Altersgruppe einen außerordentlich hohen Bildanteil. Also glaube ich, dass das auch so funktionieren wird. Genau, aber für die Förderschule oder auch für die Inklusion könnte es sehr komplex noch sein. Und da ist es eine sehr gute Idee. Dass man das differenziert. Das waren alle Fragen? Super. Ja, vielen lieben Dank. Vielen Dank. Auch nochmal als kleine Wiederholung, Teilnahmeliste, Literatur- und Linkliste, Materialzugang, den Sie jetzt auch schon auf der Projektseite finden, aber nochmal den Link zur Projektseite, sowie die komplette Präsentation kriegen Sie nochmal von mir zugeschickt in den kommenden zwei Wochen. Und auch in der Zeit wird dieses Seminar und auch das andere zu Tafiti online gestellt auf unserem YouTube-Kanal und wir verlinken das auch nochmal auf der Projektseite. Dort finden Sie auch schon das für Klasse 1, was im Dezember schon stattgefunden hat. Ja, dann einmal noch den kurzen Hinweis auf die Literaturliste und die Links. Da erkennen Sie jetzt nicht super viel drauf, aber Sie kriegen die Liste ja, wie gesagt, nochmal zugeschickt. Da sind alle Literaturhinweise drauf, die Christine am Anfang vorgestellt hat. Da sind die differenzierten Lesespurgeschichten, Krimis und die Hörspurgeschichten mit der ISBN zusammen drin. Ich habe Ihnen nochmal das Material zu Escape Rooms in der Grundschule, dritte, vierte Klasse, mit eingebunden, auch vom Auer Verlag. Dann zwei Links zu Escape Rooms und dann nochmal Seitenempfehlungen von der Stiftung Lesen, also Leseempfehlungen, wo Sie Buchtipps finden und auch Aktionsideen. Und dann nochmal die Seite Lesen mit .app zur Bewertung von Apps zur Leseförderung. Und dahinter sind nochmal drei Seiten, die Sie gerne an Eltern geben können, bei denen Kinder mit einer anderen Erstsprache aufwachsen. Das sind Geschichten in zwei Sprachen meistens und da sind verschiedene Sprachen drunter, um nochmal so die Mehrsprachigkeit und die Kompetenz der Kinder wertzuschätzen. Und auch die Literarisierung in der Erstsprache hilft sehr, der Literarisierung in der Zweitsprache. Insofern da nochmal als Tipp für die Eltern auch. Ja, dann bleibt uns gar nicht mehr viel zu sagen am Ende vom Seminar. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, bedanken uns nochmal ganz herzlich beim Hessischen Kultusministerium und der Initiative Löwenstark der Bildungskick, die das alles ermöglicht haben. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß mit dem Buch und mit den Unterrichtsideen und dann übergebe ich für ein letztes Wort an Christine. Ja, ich möchte mich auch bedanken, dass Sie so lange zugehört haben. Ich hoffe, es war ein bisschen was für Sie dabei und ich wünsche Ihnen beim Rätseln, beim Kotknacken und bei der detektivischen Leseförderarbeit ganz, ganz viel Spaß und Erfolg.